Du hast geleckt und ich hatte ne AR und das hab... Ah genau, genau. Also bist du eigentlich indirekt. Du bist einfach sagen, du bist scheiße. Jaja ok, doch ich bin schlecht. Ja, man merkt schon so ein bisschen. Naja, ich muss mal wieder los. Ne, du bist wirklich besser. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag. Kannst du finischen? Du bist wirklich besser. Ne, 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 ne. Du hast ein bisschen liegen. Ah ok.